Die Frage ist, was bedeutet European Food Masters und welche Bedeutung hat dieses Konzept für die produzierenden Unternehmen in Kreta, insbesondere für den Export nach Deutschland? Es ist sehr wichtig für unsere Region, dass wir ein europäisches Programm bekommen, dieses Europäische Flugmesse, ein europäisches Programm, in dem wir auch integriert sind. Unsere Region ist da integriert. Dieses Programm ermöglicht uns, hier professionelle und Journalisten aus Europa willkommen zu heißen und ihnen dann unsere Produkte zu zeigen. Und unser Ziel ist es, so in dem europäischen Markt unsere Produkte zu zeigen, und zwar unsere Produkte mit geschützter Ausrundverzeichnung, unsere Produkte biologischen Ursprungs, unsere traditionellen Produkte, und zwar diese drei Qualität, Biotita, Saftotita, Identität und Wettbewerbsfähigkeit. Das sind die drei Faktoren, die wichtig sind für mich. Und jedes Jahr werden wir auch die besseren Menschen, die neue Menschen mit dem Protogenen Bereich beherrschen, die mit der Begründung der Krete, die nur diesen Weg sind, dass wir nur die Begründung der Produkte, die sogenannte Begründung und die biologische Produkte beherrschen. Jedes Jahr gehen immer mehr junge Leute in den Agrarsektor, das uns eine große Freude ist, denn sie bringen neue Ideen mit und neue Innovationen und so haben wir neue Produkte im Sektor von ökologischem Anbau und auch im konventionellen Anbau haben wir neue Innovationen. Untertitelung des ZDF, 2020